weiter geht's mit der story und versuchen so schnell wie möglich geld zu verdienen ja komm ich glaube das sind drift drift veranstaltungen aber ja versuchen wir es wie geht's dir hab dich letzte nacht beim takeover gesehen du könntest etwas training gebrauchen direkt zur sache was radels proteges können immer training gebrauchen und er hat einen ruf zu verlieren ich hatte wirklich nicht vor seinem ruf zu schaden gut ich weiß wo das takeover heute nacht stattfindet warum gibst du nicht eine runde dankeschön nicht machen wir das zuerst und sie hat ihn für mich gebaut du klingst als hätte ich einen nerv getroffen ich überlasse dich mal deinen gefühlen und etwas traurigem hip hop bis dann speedy ja da war ich zu langsam immer noch zu langsam ja 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 Ja. Komm da ordentlich rum. Ja. 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 Waschloch unbedingt ein Drift-Auto. Waschloch-Auto. Oh. Waschloch. 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 Das wird mit dem Auto nix. Waschloch. 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 Da geht's! Versuchen wir es. Ah, hier das geht schon ein bisschen besser. Oh. Ah, hier das geht schon. Ah, hier das geht schon. Oh, viel Zeug. Das war ein böser Fehler. Ah, hier das geht schon. Ah, komm. Ah, hier das geht. Ah, hier das geht schon. 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 Sehst du mich? Ich bin direkt hier! Komm, zieh! So ist das also! So leid lasse ich dich nicht vorbei! Es kommt ja wie gerufen! So leid lasse ich dich nicht! 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 So leid! So leid! So leid lasse ich dich nicht! 2440 ist noch unterwegs. Wagen hat uns in University Central abgeschüttet. Verfolgung gescheitert. So, mal gucken. Das ist aber B. So, mal gucken. Zertrage, ich glaube die Zielperson ist hier. Oh, zu weit. Okay. Okay. Ja, komm. Das gehe ich. Okay. 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 So, wieder schön im Windschatten fahren. Und schon die Cops, ganz toll. Mach mir einfach Platz. Ich verziehe dich doch. Ich bin schon Schlimmeres losgeworden. Wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. Du kannst noch verlieren. Was für ein Arschloch! Zentrale, Streife kommt dazu und ist bereit das Ziel auszuschalten. Boah, ich dachte schon das war jetzt zu weit. Das Auto fährt sich jetzt viel besser wie am Anfang. Ehrlich. Boah, shit. Ich muss darüber. Es fährt sich einfach so viel besser. Du bist jetzt vielleicht vorne, aber hältst du es auch durch. Und das waren erst 65 Prozent. Na. Das war jetzt noch nicht. Ich hab das. Ich hab das. Dann probierst du dich, ich hab das. Ich bin gleich vorne. Boah, blöder Bürgersteig. Komm schon. 120. Boom. Erster. Ich hätte nichts mehr. Ich bin gleich vorne. Ich bin gleich vorne. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Ich würde mir ja gerne ein neues Auto kaufen, aber nicht mit dem Geld. Ich will ganz ehrlich sein. Es ist super, mit der Werkstatt wieder in der Rennszene aktiv zu sein. Ich fühle mich wie neu geboren. Den ganzen Tag in der Werkstatt an den krassesten Karren in ganz Lakeshore schrauben. Das erinnert mich an das eine Mal, als ich mit dem aufgemotzten DeLorean durch die Stadt gefahren bin. Einem was? Ich tue mal so, als hättest du das nicht gesagt. Es sind halt 10.500. Ach egal. Ich tue mal. Ich tue mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Startgeld 3000. Okay. Du rockst das heute Abend. Was auch immer du tust, es funktioniert. Warte nur, bis die mitkriegen, was diese Crew abliefert. Falsch gefahren, naja. Ja, es ist nicht nur mein Verdienst, aber irgendwie schon. Weiter so, Speedy. War schon zu dem anderen Ränder, da gibt's 15.000. Wie viele Idee mich verliere. Check it out, check it out, listen up. Next up. Ah, zu kurz. Tschüss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, man. Das war's. 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 Das war's.